Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Women Origins, heute am 21.10. um 10.24 Uhr mit einer sehr, sehr verpellten Stimmel, zumindest kommt es mir so vor. Äh, ja, späte Aufnahme, weil gestern erst um 3 Uhr im Bett gewesen, weil gestern Grillfeier in der Firma und, äh, die, das geht halt bei uns dann immer ein bisschen länger. Gut, ja, wir waren auf jeden Fall hier in der, oh Gott, ist das die vierte Welt, glaube ich, stehen geblieben, ja. Warum habe ich da oben, ach, ich habe einen zweiten Controller angeschlossen, guck mal, oben links. Äh, ich könnte jetzt quasi mit dem zweiten Controller, äh, Globox noch hinzuschalten. Also man kann, glaube ich, das ganze Spiel im Koop-Modus quasi durchzocken, was eigentlich bestimmt sehr, sehr geil ist, glaube ich sogar. Das ist ja auch so ein Spiel gewesen, äh, wenn das, weiß ich, in den frühen 2000ern rausgekommen wäre, weil ich habe damals auf, auf, ähm, Koop-Kram total gestanden. Ich mochte es total mit Freunden, der neben mir, oder die neben mir sitzen, das Spiel durchzocken. Ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht manche Sachen dadurch sogar einfacher sind, also einfacher zu erreichen vielleicht auch. Aber egal. Jo, wir waren auf jeden Fall hier fast fertig mit der Welt, äh. Hier haben wir nur noch die Brücke, die wir da machen müssen. Ja! Achso, das war es schon, okay. Äh, dass die Elektronen uns jetzt erstmal hier gerade wieder schön den Weg freimachen. Und, äh, ja, dann geht es ja, glaube ich, denke ich, dann schon mal auch letztlich ans, äh, Moskito-Level. Und, ja, letztes Mal habe ich mich ja hier nicht so gut, äh, geschlagen. Beim letzten, das war schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Okay. Hüi, ja. Ah, lalalala. Ach, verflucht. Egal. Fünf Parts gereicht. So. Absa. Nein! Nein! Ich kriege dich doch! Ja, okay, das wird auch wieder ein richtig beschissener Versuch. Wirklich, der wird richtig schlicht. Aber das Schöne ist, nichts Selbstgründes. Das macht schon mal Spaß. Nein! Stehenbleiben! Alle müssen stehenbleiben. Ja, okay. Ah! Ah! Das ist immer so ein Gerät hier. Machen wir folgendes. Stopp! Nein! Ah! Wie viel waren es? 200 muss ich holen, ne? Alter! Ja, da fehlen noch ein paar Scheiße. Okay. Alter, was bist du denn? Ähääh! Okay. Du gibst bestimmt 20 her, oder? Zwei. Drei. Okay, müssen wir nochmal machen. Scheiße. Egal, komm. Das war auch kein guter Versuch, muss man dazu sagen. Ein paar habe ich auch einfach liegen gelassen, also von daher. Ah, stimmt, wir können ja tauchen. Da habe ich total wieder vergessen und gehabt. Vor der Aufnahme. Hurtig, 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 hurtig. Jein! Ah, ich glaube, ich habe keinen mehr gelbischt. Doppelt. Schade. So, gehen wir mal wieder schön zusammen, Kollegen. Dann kann man jetzt endlich auch mal hier mal wagen. So. Ich bin auch dumm. Also, ich mache das gerade wirklich sehr, sehr schlecht. Alter. Der möchte aber auch nicht so tief, ne? Ah. Kann sich nur um Jahre handeln, das Level. Kein Problem. Wir haben ja Zeit, ne? Die ersten Parts sind übrigens auch, äh, online mittlerweile. Und ihr guckt echt fleißig. Das gefällt mir. Mag ich. So. So. Nein! Das steckt! Ach! Ha! Okay. Ja, okay. Da gibt es nur noch einen. Das habe ich leider vergessen. So. Danke schön. Jetzt habe ich es ja zumindest alle eingesammelt, ne? Ist ja... Wollen wir auch mal von der Seite mal sehen. Nein! Es ist so schlecht. Also, ich bin so schlecht. Hab's gut mein Problem, leider. Es ist alles so schlecht. Besser als letztes Mal, aber noch nicht ganz ausreichend, leider. Oder ist das vielleicht mal irgendwo drei Stück neben mir am Ende fehlen? Krap! Na. 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 Egal. Ja, komm, wir holen erst mal die, wir holen erst mal die, äh, Punkte-Tools. Auch wenn wir hier nochmal rein müssen, aber ist ja egal. Scheiße. Äh, egal, egal. Ja, 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 ja. Achso, genau. Das Vorsprung hier, äh, hat ja, glaube ich, auch jemand geschrieben. Äh, kann man, glaube ich, hier nicht, ne? Ich finde es aber auch immer geil. Äh, gerade wenn ich jetzt ein bisschen vorlaufe. Aber ich habe schon ein bisschen, ein paar Videos habe ich halt noch im Köcher. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt zum Aufnahmezand, den 21.10. Das wird wahrscheinlich erst im November zu sehen sein. Ähm, dass dann anfangs immer so diese Tipps dann kommen, so vorhin so, ja. Also ist hier überhaupt in keinster Weise euer Fehler, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Aber dann sagt... Okay. Da wohl gesagt wird, ja, machst das doch am besten so und so und so und so und so und so. Und dass ich dann die 20 Parts später, also wenn es ein Tipp jetzt war, den ich jetzt... Äh, ja, okay, komm. Ey, das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht. Wenn es jetzt auf jeden Fall ein Tipp war, äh, den ich dann wirklich, also bis jetzt noch nicht heraus, also von der... Alter, spring doch einfach da rum. Ja, es ist doch auch wieder eine Affenscheiße hier, ne, ey. Äh, die ich dann bis jetzt immer noch nicht selbst herausgefunden habe. Ist ja schon eine lustige Sache, wenn ich dann in Part 25 immer den gleichen Fehler mache wie in Part 1. Ist gar nicht so einfach bei so einem Level, ich den Gedanken zu Ende zu formulieren, wirklich. Ja, genau, so muss das sein. So, zack, zack, zack. Und... Also manchmal hat der Bock, manchmal nicht, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal besser als der letzte Versuch, oder? Ich weiß es noch nicht so genau. Danke. Und, hopp. Und, ah, 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 okay. Okay, immer noch besser als das letzte Versuch, ich weiß es nicht. So, hier muss ich jetzt wieder... Hier würde ich gerne rocken. Ich rocke. So. Ah, ja, genau, hier gab es nur noch einen. Und hier muss ich rocken. Ja, 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 es reicht, es reicht, es reicht, wir kriegen es hin. Gott sei Dank, okay, wunderbar. Es sei denn, ich sterbe jetzt natürlich an der Krabbe, ne? Das wäre dann ungünstig. Äh, und vor allem auch dumm. Los. Ah! So. Ha, 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 ha. So, wunderbar. Level gerockt. Hm. Den Schluck Kaffee habe ich mir jetzt aber auch verdient. Ja, 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 ja. Also, ich hoffe mal, ne? Übrigens, wenn man das im Koop spielt, dass dann auch die Punkte von beiden zusammengezählt werden. Und nicht nur der, irgendwie, der die meisten Punkte holt. Das wäre auch, das wäre auch ziemlich blöd. Aber egal. Also, ich stelle gerade fest, nächste Woche werden schon die Uhren umgestellt. Heiliger Bibelbaum. Okay. Also, heute in einer Woche zumindest in der Nacht, ne? Von Samstag auf Sonntag. Blasenentzündung. Ich habe gar nicht gelesen, wie das überhaupt heiß ist, das Level. Weil die, die Fähre hat ja nur gesagt, ja. So, und das Mückelevel. Feuchtfröhliches Feuergefecht. Schöner Name. Und damit wäre dann auch die vierte Welt erledigt. Wo ist auch ausgesetzt, natürlich, wir schaffen es, ne? Aber bisher waren die, ich soll es vielleicht nicht zu laut sagen, aber bisher waren die Mückelevel eigentlich immer ganz nice. Äh, ja, komm, scheiß drauf. What? Es ist doch nur Wasser. Okay. Wie auch immer. Und hüpp. Ich würde hier alles. Versuch's zumindest. Jawoll. So muss es sein. Oh, geil, geil, geil. Perfekt. Nein, 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 nein. So. Vielen ärztlichen Dank. Hörde ich auch was haben, genau. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was drin. Ich habe doch genau sehen. Okay, sonst nix. Okay, da oben sind nur Schatacheln. Ach, da unten auch. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Fuck. Alles meins, alles meins, alles meins, alles meins. Haben wir hier mittendrin Checkpoints? Ich hoffe mal. Ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Ach, der kommt jetzt hier um die Ecke gelatscht. Stufe, Spacken. Nein. Null. Was? Okay. Aber es tat sich von Anfang an. Okay. Ja, ich weiß noch nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt hier am besten Rocke. Bleib schön zu, Kollege. Das brauche ich nicht mehr. Zupf dich. Dankeschön. Ich brauche nochmal bitte. Dreier Stück, die wir hier brauchen, ne? Achtung, Dennis. Unten ist auch Stachel, ne? Uah, das ist trotzdem gar nicht so einfach. So. Ja, damit. Ich weiß jetzt halt noch nicht so genau, wie ich da jetzt am besten agieren kann. Ui, Alter. Das war ganz schön knapp, Mann. Nein. Was? Nein. Wie kriege ich dieses scheiß Kräppchen kaputt? Die kann ich nach hinten schießen, oder? Ich kann saugen. Ich spacken. Habe ich da irgendwas vielleicht übersehen? Kann das sein? Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich hier auch andere Möglichkeiten habe. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich so ein Ding wieder mit der Ecke irgendwie dann aktivieren würde. Also wenn ich einen Eckenschuss mache. Die Seele gehört nie. Die Seele gehört nie. Ich habe irgendwie einen Weg gefunden. Das ist die Hauptsache. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich komme da nicht mehr dran. Verfluchte Kacke. Das sind bestimmt 20, die mir jetzt fehlen, ey. Also wenn nicht sogar noch mehr. Also wenn nicht sogar noch mehr. Und ich habe da jetzt auch noch so einen übersehen. Alter, Vater. So viel zum Thema, ne? Wir sind eigentlich immer ganz geil, die Moskito-Löbel. Scheiße. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. Ja, aus dem Wasser raus. Das wäre gut. Tja, würde ich mich sehr drüber freuen. Machen wir mal so Energie? Und hältst du davon? Offensichtlich nicht viel. Uah. Ich bin wieder so eine Krabbe. Lustige Vögel. Oh, nice. Dankeschön. Alter, das ist gut. Das ist gut. Äh. Wie ist der Zug kaputtbar, so wie es aussieht? Oh, zur Seite schnell. Mit dir? 27, 50. Okay, das könnte vielleicht doch noch was werden. Nummer 5, nice. Komm, es sind nicht mehr viel. 33 Stück noch. Alter. Der hat ein Diebe. Oh, hier ist ja mehr als. Also mehr als einer. Nicht mehr als einer, sondern es ist mehr als einer. Wurde nur was sagen können, die Pedder. Kann ich denn den Schwanz abschießen? Von hinten gehen wir so ein bisschen, ey. Das ist Indianisch. Das passiert doch. Ja, 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 ja. Noch nicht, aber... Wir sind auf dem Weg. Ja. Ja, da ist das Ding. Da ist das Ding. So muss es sein. Gott sei Dank. Äh, puh, 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 puh. Äh, nein. Ach, ist egal. Wir haben genug. Energie habe ich auch. Also jetzt muss ich das Ding nur nach Hause fahren. Das ist vollkommen in Ordnung. So, nochmal Energie. Effekt. Okay, vielen Dank. Also eigentlich, das ist voll praktisch. Ich kann eigentlich so die ganze Zeit schießen, oder? Und eigentlich würde ich lieber, dass sie die ganze Zeit an den... an beiden, äh... Kanten quasi abprallen, die Schüsse. So wie hier, piep, 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 piep. Ah, man kann ja alles haben. Uah, nein. Äh, ich weiß noch nicht genau, was ich... Was? Ich wurde getroffen? Ernsthaft? Schade. Ja. Prrrr. Was ist das denn hier für ein Tempel? Okay. Komproms. Ah, schön, 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 schön. Auf jeden Fall hat's gereicht. Sogar ordentlich, ja. Nein! 350 war's ja scheiße! Fuck. Äh, ja, 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 ich weiß, warum hab ich den 300 im Kopf gehabt. Nur muss einmal, einmal muss ich mir mal ganz kurz räuspern und pußen. So, jetzt hab ich wieder ne reine Stimme. Nein, jetzt hab ich, jetzt drück ich auch noch auf weiter, ich spacken. Alter. Okay. Ganz ruhig. Oh, es ärgert mich jetzt wirklich. Ich hab doch nicht dran gedacht, dass es wirklich 350 sind, ich Idiot. Äh, ja, rein, rein, rein. Fuck. Ist so dumm, ne? Ist so dumm. Also wirklich, ist es wirklich dumm von mir. Äh, ja, 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 ja. Oh, ist das schlecht. Echt? Und nochmal. Das war auch ziemlich lang, das Level, ne? Gefühl zumindest. Okay. Tada! Vielleicht kann ich das Level dann diesmal auch mit Energie abschließen. Das wäre natürlich auch ganz nice. Das Geschniefel, tut mir leid. So. Meine Energie. Wenn ich die fünf gehabt, ey, dann hätt's gereicht. Oh, Käse. Scheiß Krabbe vor allem auch, ey. Gott. Die hat's mir versaut, ne? Wo ich von Anfang an schon dachte, oh. Haha, die 20 Blüte hätt ich aber schon gern noch gehabt. Ach ja, ne? Ey, ist halt wie es ist. Äh, 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 wir nehmen alles mit. Also, also, so ist. Würde ich sagen. Ich komme mit dir. Dann kommen jetzt im unteren Bereich noch welche. Dann kommen die Quellchen. Und oben noch welche. Äh, 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 äh. Nein! Ah, es ist so dumm, es ist so dumm. Ach, Gott, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ja. Lass mich einmal rein, bitte. Mr. Krabbe. Mr. Krabbe, Mr. Krabbe. Ui! Da ist ein Stein gewesen. Ich hab den nicht gesehen. Ich kam nicht zurück. Uuuh. Mann, das ist so schlimm. Egal, egal. Ich hab jetzt wieder Energie. Ist auch gut. Es ist wirklich nicht so schwer, ne? Aber ich... Manchmal möchte der Moment halt nicht kommen, wo man eigentlich... nichtmals gut sein muss, sondern einfach solide. Das wäre schon ausreichend. Ahhhh... Uh... Uh... Wuh... Vielen Dank.